Lieber Hannist, mit Hannist meine ich natürlich auch Hannistin, herzlich willkommen auf der Webseite Engelbert Schmid Hörner. Hier bin ich Engelbert Schmid selbst, um dir zu versichern, mein Fokus ist es, dir dein Leben als Hornist zu erleichtern und dir mehr Motivation zu geben, auf dem Horn Musik zu machen. Für dieses Ziel setze ich all meine Fähigkeiten ein. Das Wissen des Hornisten. Handwerkliches Geschick. Auch das Gravieren ist für mich wie Urlaub. Akustisch-mathematisches Verständnis Jetzt kommt aber der feine Unterschied. Der zehnte Naturton. Schau, wie wenig er nach unten durchhängt. Idealerweise für den Hornisten sollte er irgendwo auf der Linie zwischen dem 9. und 12. Naturton liegen. Ungefähr hier. Aber er ist nur so wenig tief, dass er mit etwas Geschick sehr gut verwendbar ist. Entwicklung von neuen Werkzeugen und Produktionsmethoden Für das Ziel, ein Endprodukt für dich produzieren zu können, das dich als Hornist weiterbringt, als Musiker wachsen lässt und dir Freude am Hornblasen gibt. Bei einer großen Auswahl von Modellen. Ich lade dich ein, Schritt für Schritt alle meine Videos anzuschauen. Sie enthalten echte Informationen, keine plumpe Stimmungsreklame, sondern Einblicke und Erklärungen, die dir weiterhelfen. Ich würde mich sehr freuen, sofern wir uns noch nicht kennen, auch dich mal persönlich kennen zu lernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.